So, ich grüße euch zu einem neuen Pokémon Part. In diesem Part schauen wir uns hier an, was auf dieser Route hier alles so los ist. Und zwar gibt es hier ein paar Trainer und auch ein paar wilde Pokémon. Und hier ist der erste Trainer. Ich bin so voller Energie. Meine Pokémon geben mir Kraft. Alles gleich, Spiel wieder an einem, ja, Abend ist ein bisschen gut gesagt, 17.54 Uhr. Deswegen ist jetzt auch alles so orange, dämmernd. Alles klar, ich setze natürlich Frau Löwe wieder in den Kampf und greife diesen Hamster an mit einem Tackle. Das ist nämlich total tierfreundlich. Und ihr wisst ja, ich mag Tiere, vor allem Ponys. So, ähm, aber Hamster mag ich auch. Und deswegen töte ich diesen Hamster jetzt mit einem Tackle. Alles klar. Und, level 9, level 9, oh, fast level 9. Aber nach diesem Zubatz hat unser Shynux level 9. Wenn Shynux es denn schaffen sollte. Und ich hoffe, Shynux lernt dann auch eine Elektroattacke. Alles klar, es hat ihn... Nein! Scheiße, Verwirrung. Verwirrung ist böse. Ich hasse Verwirrung. Aber ich habe nie Lust, mein Pokémon dann auszutauschen, damit die Verwirrung wieder weg ist. Das heißt, richtig, ich greife weiter an mit Hackle. Auch wenn die Gefahr jetzt besteht, dass mein Pokémon sich selbst verletzt. Ach, sehr gut. Löwen, die sich selbst verletzen. So ein Emo-Löwe. Mit so schwarzen Augenrändern. Stellt euch das mal vor. Sieht bestimmt ganz witzig aus. Jawohl, nicht mehr verwirrt. Perfekt. Der Superschall hat jetzt quasi gar nichts gebracht. Und, level 9 für Shynux. Neue Attacke, bitte. Hyperstrahl. Donner. Okay, Ladevorgang. Ist in Ordnung. Super, non-Piliza. Meine lieben armen Pokémon. Jetzt sind sie in der Hölle. Und hier ist ein Item. Ist das ein Pokéball? Pokéball. 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 Jawohl, Pokéball. Sehr gut. Alles klar. Und, bist du eine Trainerin oder läufst du hier einfach nur durch die Gegend, weil dir die Route so gefällt? Wusstest du das? Das Pokémon, das oben links in deiner Teamliste steht. Er scheint als erstes im Kampf. Ja. Das weiß ich bereits. Aber danke trotzdem für diesen nutzlosen Tipp. Gut. Hier. Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten KP besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte AP, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Wenn ein Pokémon keine AP mehr beherrscht, muss es im Pokémon Center gebracht werden. Oder man gibt ihnen einfach einen Elixir oder einen Äther. Und hier ist Trainer Nummer 2 auf dieser Route. Wir sind immer zusammen. Ich zeige dir, wie wir uns angefreundet haben. Alles klar. Ich bin auf deinen Pokémon gespannt. Zirputze. Was ist das nochmal für ein Pokémon? Ach, das führe ich. Okay. Dieser komische Käfer. Die Entwicklung ist, glaube ich... Zirpeise, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne die Pokémon der Fetten nicht so gut. So, Tackle. Die einzige Angriff... Nein, verdammt. Ich habe vergessen. Zirputze greift gerne mit Geduld an. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ah, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt auf Risiko versuchen, es noch schnell down zu kriegen, ehe er seinen Angriff vollzieht. Oder ich greife an mit Serienblick und gehe auf Nummer sicher. Dann muss ich allerdings einen Schlag kassieren, der doppelt so stark ist wie der Angriff, den ich gerade durchgeführt habe. Ich glaube, ich entscheide mich für Methode Nummer 2. Weil ich senke seine Verteidigung und versuche ihn dann später mit einem Tackle zu. Ja, geschweckt haben wir ihn ja schon. Daher kann es kein One-Hit mehr werden. Aber vielleicht ein Two-Hit. Jetzt kommt der Geduldsangriff. Ist doppelt so stark wie der Angriff, den wir durchgeführt haben. Jetzt greife ich ihn an mit Serienblick und senke seine Verteidigung weiter. So, ich glaube, das sollte auch reichen, oder? Soll ich noch einmal machen? Einmal mache ich noch. Und dann greife ich ihn jetzt an. Jetzt senkt er unseren Angriff, um das Ganze einigermaßen wieder ausgleichen zu können. Aber vielleicht landen wir einen Volltreffer. Dann wird, glaube ich, der Angriff ignoriert, der gesunken wurde von unserem Pokémon. Alles klar, das war der erste Angriff. Der zweite muss jetzt sitzen. Ansonsten setzt der Pokéman den Geduldsangriff ein und wir verlieren. Gut. Wir haben es ja kurz besiegt. Das war ein bisschen Taktik hier in diesem Kampf. Aber wenn ein Pokémon Geduld kann, dann muss man natürlich vorsichtig sein. Ist klar. Mir ist schlecht. Dann geh dich erbrechen. Da sind viele Bäume. Da kannst du sehr gut hinpuben. Mache ich auch immer, nachdem ich zu viel gesoffen habe. Und dann durch den Wald schlendere. Nachdem ich der Slenderman natürlich erwischt habe. Ist klar. Ich suche nach Pokémon und fand einen Trainer. Ja, ein Trainer ist natürlich noch besser. Mehr Erfahrungspunkte. Jörg Annette. Ein Hamster schon wieder. Mann, so viele Hamster gleich am Anfang. Das erinnert mich irgendwie an Han-Taro. Kennt ihr die Serie Ham-Taro? Liegt früher bei RTL 2. War so eine Serie über Hamster. Habe ich ganz gerne mal angeschaut. Ist eigentlich eine Mädchenserie, glaube ich zumindest. Aber ich habe sie trotzdem gerne angeschaut. Alles klar. Und alle unsere Pokémon bis auf Lionel und Messi haben Level 9. Das heißt, ich kann jetzt entscheiden, welches Pokémon ich frei aussuchen möchte. Und ich würde sagen, ich nehme Kampfweige. Alles klar. Kampffalke hat auch fast Level 10 erreicht. Wie unser Schein-Ux. Und ich greife es mit der neuen Attacke Flügelschlag an. Da ist auch Step drauf. Also macht es einen extra Schaden. Und Frau Löwe erreicht Level 10. Erreicht unser Kampfweige Level 10. Schauen wir uns das mal an. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber vielleicht nach diesem Star-Lily. Dann ist Waterloo unser schwächstes Pokémon. Alles klar. Flügelschlag. Boah, ein One-Hit-Kill. Sehr gut. Ich glaube, das war der erste One-Hit-Kill in diesem Spiel. Und unser Kampfweige Erreichter wird 10. Ich weiß leider nicht, wann sich Kampfweige entwickelt. Zu Staravia heißt es, glaube ich. Oder Staravia? Ja, ich glaube schon. Die zweite Entwicklung heißt Staravia. Und die zweite heißt Starareptor, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne die Namen der Pokémon der vierten Generation nicht auswendig. So, Knospi ist ein Pflanzentyp. Und daher schwach gegen Flugattacken. Huch, du bist schon fertig? Natürlich. So, ähm. Dann, nächster Trainer. Ein Kampf. So kann ich sehen, ob ich bereit für eine Arena-Herausforderung bin. Sebastian. Ein Kampf-Pokémon. Mach-Holo. Könnte ich mit Staravia... Ne, Quatsch. Mit, 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 mit... Dingens halt. Wie heißt das Pokémon? Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Die Entwicklung ist Staravia, die letzte Entwicklung ist Starra-Raptor, glaube ich zumindest. Genau. Also ich wechsle jetzt Frau Löwe aus. Frau Löwe hat die Hälfte seiner KP verloren. Und damit zu kämpfen ist ein bisschen gefährlich, denn Mach-Holo greift mit Angriff an. Mit Angriffen attacken. Also mit Attacken, die berühren quasi. Und ich greife an mit Attacken, die den Gegner nicht berühren. Also körperlich, sondern... Mann, das klingt total falsch. Äh, sondern mit... Ähm... Ihr wisst schon, ne? Wenn man mit Wasser angreift, dann berührt man den ja nicht, sondern man das Wasser berührt ihn dann quasi. Das nennt man eine Spezialattacke. Und alles, was den Gegner quasi... Wenn... Wenn sich die zwei Kontrahenten berühren quasi, dann ist es ein normaler Angriff. Und wenn sie sich nicht berühren, dann spricht man von einem Spezialangriff. Fußkick zum Beispiel berührt mich, berührt beide Kontrahenten da. Das heißt, es ist ein normaler Angriff. So kann man normaler Angriff und Spezialangriff unterscheiden. So. Fußkick, ein normaler Angriff. Und ich... Wenn ich jetzt mit Pfund angreifen würde, dann würde ich jetzt auf Angriff zurückgreifen. Aber ich greife mit Blubber an und daher benutze ich jetzt meinen Spezialangriff, um anzugreifen. Durch seine Spezialverteidigung... Vor Spezialattacken und mit seiner normalen Verteidigung schützt er sich vor normalen Attacken, die den Gegner einfach berühren. Quasi. Also Körper zu Körper. Sorry, dass das jetzt so falsch klickt, aber ich kann es nicht anders erklären. So. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzelingen Arena. Da müsstest du so stark sein wie der Arena-Leiter. Theoretisch. Das könnte eben so etwas interessant werden. Und Starre Lily. Gut, ich greife ihn jetzt mit einem normalen Angriff an. Nämlich mit Tackle. Bei Tackle berühren sich beide Kontrahenten. Das ist also ein normaler Angriff. Genauso wie Rookzuck-Kip gerade. Man muss sich die Attacken halt so vorstellen, wie sie ablaufen und dann kontrollieren, ob beide Kontrahenten sich berühren. Dann kann man unterscheiden von Angriff und Spezialangriff. Gut, Spediza. Da wechsle ich, glaube ich, alle unsere Pokémon bis auf Messi haben Level 10. Das heißt, ich kann wieder frei entscheiden, welches ich nehmen möchte. Ich nehme wieder Waterloo. Denn es ist gut, den Starter zu trainieren. Denn ich glaube, Starter brauchen mehr Erfahrungspunkte als andere Pokémon. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja Pokémon, die brauchen weniger Erfahrungspunkte für Level 100. Es gibt welche, die brauchen nur 800.000 Erfahrungspunkte für Level 100. Und es gibt Pokémon, die brauchen doppelt so viel bis Level 100. Knackrack ist zum Beispiel eins dieser Pokémon. Knackrack braucht, soweit ich weiß, 1.600.000 Erfahrungspunkte bis Level 100. Und ein Pokémon wie Chillabell aus der 5. Generation braucht nur 800.000 Erfahrungspunkte bis Level 100. Also quasi nur halb so viel. Das ist, glaube ich, das liegt, glaube ich, daran, weil Knackrack extremere Werte, glaube ich, hat als Chillabell. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich vermute, es ist einfach mal so, dass es der Grund dafür ist, dass Knackrack doppelt so viele Erfahrungspunkte braucht wie Chillabell. Weil Knackrack einfach bessere Werte hat. Oh, ich habe verloren. Lalalala. Alles klar, hier ist ein Schild. Tipps für Trainer. Oh, verdammt, ich muss meine Tastatur wieder... Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen. Das muss ich... Ich muss jetzt immer daran denken, sonst hört ihr mal meine Tastatur. Verdammt. Wenn du die Entwicklung eines Pokémons stoppen möchtest, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Habe ich auch ab und zu mal gemacht, diesen Entwicklungsstopp, um zu verhindern, dass sich ein Pokémon entwickelt. Weil privat habe ich das sehr oft benutzt. Und zwar möchte ich privat alle 720 Pokémon fangen. Zurzeit besitze ich 310 Pokémon, glaube ich. Oder 410, ich bin mir nicht sicher. Ja, es müssten 410, glaube ich, sein. 410. Ne, es sind sogar noch mehr. 500 sogar, würde ich sagen. 500 sind es, glaube ich. 400 oder 500 so rum. Also quasi mehr als die Hälfte aller Pokémon habe ich bereits. Und, ähm. Ja, ich möchte halt dann auch verhindern, dass sich manche Pokémon entwickeln. Und, ähm. Also wenn ich zum Beispiel meinen Raupi trainieren möchte, Schatzverfahren auf Level 100, ne. Dann möchte ich nicht, dass es sich entwickelt. Scheiße, jetzt habe ich mit Flügelschlag angegriffen. Und, ähm. Deswegen benutze ich auch diesen Entwicklungsstopp, um zu verhindern, dass es sich zu Saftkorn entwickelt. Nur so als Beispiel. Alles klar, äh. Puh, 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 was? Mit was greife ich denn jetzt an? Flügelschlag war doch sehr stark. Doch sehr stark. Obwohl es nur... nicht effektiv war, oder? Weil die Attacke nicht effektiv, müsste eigentlich nicht effektiv sein. Ja, genau. Die war nicht effektiv. Weil Flug gegen Elektro ist nicht effektiv. Aber die Attacke hat trotzdem viel abgezogen. Das liegt bestimmt an dem Levelunterschied. Denn Kampfhacker hat doppelt so viel... hat das doppelte Level wie das gegnerische Scheinux. Alles klar, hier haben wir eine Höhle. Route 203. Nach Erzelingen. Gut, betreten wir die Höhle. Erzelingentor. Hä? Überfall! Na, guck mal. Du hast einen Pocket. Hm. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Doch. Äh, aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. VM6. Kevin verstaut VM6 in die Blababatasche. Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber, um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer der Orden der Arena von Erzelingen. Den Orden der Arena von Erzelingen, okay. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Also wir könnten die VW jetzt einem Pokémon beibringen, allerdings könnten wir die nicht benutzen, um diesen Felsen hier zu zertrümmern, weil uns der Orden dafür fehlt. Erst wenn wir den Orden haben, können wir Felsen zertrümmern und kommen auf diese Weise weiter. Und hier sind weitere Trainer. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Alles klar, dann kämpfen wir jetzt in einer Höhle. Er hat einen Shinox. Ich fände es jetzt cool, wenn er einen Kleinstein hätte, ein Gesteins-Pokémon, denn das würde zu der Umgebung gut passen. Andererseits, wenn man natürlich einen Feuerstarter genommen hat, dann ist man natürlich jetzt im Nachteil, weil Feuerattacken dann im Nachteil gegenüber Gesteinstypen wären. Vielleicht ist deswegen jetzt ein Shinox da und kein Kleinstein. Und warum setze ich ein Wasser-Pokémon gegen einen Elektro-Pokémon ein? Das macht keinen Sinn. Aber zum Glück kann das gegnerische Pokémon keine Elektro-Attacken. Woher ich das weiß, ganz einfach. Wir haben ein eigenes Shinox. Oh, sogar ein Volltreffer. Gut, das war ein Spezialangriff. Jetzt greife ich ihn mit einem normalen Angriff an und beendet ihn den Kampf. Ohne? Das müsste doch sein einziges sein. Ohne? Ja, klar. Ja, das war sein einziges. Genau, jetzt ähne ich mich wieder. Und Frau Löwe erreicht Level 11. Und Wartelow hat fast Level 11 erreicht. Hm, zu schlecht trainiert. Ja, das könnte vielleicht sein. Das könnte vielleicht sein, ja. Also trainier mehr. Na los! Stell dich jetzt in die Ecke und kämpf gegen 50.000. Oh, ein Kleinstein. Kämpf gegen 50.000 Pokémon. Dann hast du einen Hunderter. Glaube ich zumindest. Das erste Kleinstein. Alles klar, dieses Kleinstein. Hätte man dann auch den Trainer geben können. Ich meine, wenn es hier wild anzufinden ist, ne? Dann hätte man es auch einen Trainer geben können. Gut, ähm. Alle Attacken vom Typ Normal sind nicht effektiv gegen Gesteins-Pokémon. Und wir haben fast nur normale Angriffe. Also normale Angriffs-Attacken, sagen wir es mal so. Attacken vom Typ Normal. Das heißt, ich greife jetzt auf den Typ Wasser zurück. Denn Wasser-Attacken sind sehr effektiv gegen Gesteins-Typen. Also ich greife an mit Blower. Eine vielfach starke Attacke dieses Mal. Weil Kleinstein noch einen Bodentyp zusätzlich zu seinem Gesteins-Typ hat. Und beide Typen, also sowohl Gestein als auch Boden, sind schwach gegen Wasser. Daher ist diese Attacke vierfach stark. Gut, hier die nächste Trainerin. Um zu feiern, dass ich diese Hülle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Die Hülle ist gar nicht so lang. Kann man diese Hülle nicht nicht bestehen? Nicht nicht bestehen? Ist es richtig dramatikalisch ausgedrückt? Ach, keine Ahnung. Okay, ähm... Unser Pokémon hat das doppelte Level wie das gegnerische. Von daher sollte er es auch mit der Hälfte seiner KP dieses Pokémon schlagen können. Absorber, klaust du dir ein paar KP von uns? Wie gemein von dir. Das... das... Ohne dafür zu bezahlen. Wir leben hier in einem bürokratischen... Ne... In einem... Ja, bürokratisch auch. Wir leben hier in einem bürokratisch... Äh... Kapitalistischen Staat. Und dafür musst du für jeden einzelnen... Ja, für jede einzelne Aktion, die du was machst, musst du bezahlen. Also bezahle für diesen Absorber. Ach, sie wird später so oder so bezahlen, nachdem ich sie besiegt habe. Mit ihren Pokédollern. Hahaha. Okay, äh... Ich wechsle jetzt zu Kampffalke. Hallo, Anton. Okay, ähm... Wie greife ich dieses Anton an? Ganz einfach. Flügel-Schlag. Ach, da schaust du dumm, was? Halt warte, du schaust du sowieso immer dumm. Hahaha. Uh, Anton wehrt sich. Okay, wie beende ich es denn jetzt am coolsten? Mit einem... Tackle. Okay. A-Taste spackt. Tut mir leid, Anton. Wegen der A-Taste kriegst du jetzt einen Ruckzuckieb ab. Sorry, Anton. Bedankt dich bei der A-Taste. Ich hätte mir Tackle angegriffen, aber die A-Taste wollte nicht. Heidi. Äh, ich denke... Verdammt! Ich konnte es nicht lesen. Ich war zu sehr mit dem Namen beschäftigt, weil, äh... Heidi heißt doch diese TV-Serie, ne? Ich, war? Habe ich früher auch immer angeschaut. Jetzt... Ja, ich weiß. Ich schaue alle möglichen Scheiß-Sendungen an. Ähm... Hallo, Trainer. Besitzt du keine... Besitzt du keinen einzigen Orden, werden andere Trainer auf dich... Auf dich spucken, weil du so scheiße bist. Nein. Herabsehen wie ein Anfänger. Und damit das nicht passiert, zeige ich dir, wo hier die Arena zu finden ist. Ach, das ist aber lieb von dir. Eigentlich wollte ich zuerst noch die Stadt anschauen, meine Pokémon heilen und erst dann in die Arena gehen. Aber gut, wenn du mir die Arena jetzt zeigen willst, gerne. Oh, da steht jemand schon und wartet. Ja, hallo, Balzer. Ähm... Erstmal schaue ich mir die Stadt an, bevor ich Balzer anspreche, denn vielleicht möchte er wieder kämpfen. Wir haben zwar schon letztens gegen ihn gekämpft, aber man weiß ja nie. Vielleicht ist er ja irgendwie durchgedreht oder so. Möchte unbedingt seine Revanche haben und fordert uns heraus. Man weiß nie, was passieren wird. Mann, wir haben gerade mal 20 Minuten. Das ist mir ein bisschen so kurz. Meine Pokémon-Parts, die gehen normalerweise. Ich habe mir vorgenommen, jeder Pokémon-Part sollte mindestens eine halbe Stunde dauern oder auch drüber. Und 22 Minuten, jetzt sind wir ein bisschen zu kurz. Das heißt, ich spreche jetzt noch ein paar Leute an. Yay, wir haben unten im Pokémon-WiFi-Club ein Adressbuch bekommen, in das ich meine Freunde eintragen kann. Ach, ich will auch so eins. Bringt mir zwar nichts, weil ich hier in diesem Spiel nicht tauschen werde, aber egal. Oh, hallo, hier entlang bitte. Hallo und willkommen. Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Tiala. Tiala. Ich bin eine Führerin. Jawohl, meine Führerin. Im Pokémon-WiFi-Club. Zuerst darf ich dir das geben. Kevin, erhält Adressbuch. Das ist dein Adressbuch. Damit kannst du deine Freunde registrieren. Erst an kannst du mit ihnen über die Nintendo WFC-Kontakt aufnehmen. Dann könnt ihr tauschen, kämpfen oder vieles mehr. Möchtest du mehr darüber wissen? Freunde registrieren, meine Führerin. Im ersten Stock des Pokémon-Centers triffst du Leute, die tauschen. Oder im Kolosseum kämpfen möchten. Diese Leute kannst du als Freunde in deinem Adressbuch registrieren. Außerdem kannst du manuell Freunde registrieren, indem du ihren Freundes-Code in dein Adressbuch eingibst. Soll ich das nochmal wiederholen? Jawohl. Im ersten Stock. Nein, nö, 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 nö. Verstanden? Viel Spaß mit der Nintendo Wi-Fi Connection. Okay, als nächstes sprechen wir die hier. Willkommen in Pokémon Wi-Fi Club. Möchtest du die Wi-Fi Nintendo WFC benutzen? Nö. Äh, die sagt wahrscheinlich dasselbe, oder nicht, wa? Natürlich Warum seid ihr dann zu zweit da? Wenn ein Charakter hier schon reicht Warum sind da zwei? Wenn ein Charakter hier schon reichen würde Die sagen sowieso dasselbe Warum gibt's hier zwei von euch? Das macht keinen Sinn, okay Bevor ich hier noch verzweifle, spreche ich die hier an Vielleicht beruhige ich mich das ein bisschen Mein Bekannte und ich werden schon bald beste Freunde sein Dann kann ich ihnen in meinen Ihn in mein Adressbuch eintragen Oder war das umgekehrt? Man trägt die Namen ein und freundet sich dann Mit dem Freunden richtig ein Okay, weiter Hey, ich konnte zum ersten Mal rennen Oh, ich kann rennen Hey du, ich kann rennen Ich kann rennen Ich habe rennen gelernt Das macht so viel Spaß, ich kann rennen Hey, ich kann rennen Hey du da, mit den grünen Haaren Ich kann rennen Hey du, die mich nicht beachtet Ich kann rennen Ich kann rennen Okay Welche Trainerkategorie ist die am liebsten? Komm, sag mal Scheiß Telefon schon wieder Welche Art von Trainer wärst du gerne? Ähm Ast Trainer Ne, raufball Verdammt Scheiße, was hab ich da jetzt gemacht? Äh, Ast Trainer Verdammt, Maus ist da drin Okay Äh, Ast Trainer Du wärst gerne ein Pokémon Äh, ein Pokémon Ein Trainer der Ast Der Kategorie Ast Trainer? Ja Ah, verstehe Du wärst also gern ein Trainer der Kategorie Ast Trainer Wenn das der Fall ist Werden dich andere bestimmt auch so einschätzen Oh, in Ordnung Dann spreche ich später mit dir Okay Ich glaube hier kann man bestimmen Welchen Als welchem Charakter man Ähm Dargestellt werden Also als welchem Charakter man dargestellt wird Wenn man Online irgendwo ist Dann wird man hier In dem Fall Wenn man hier Ast Trainer gewählt hat Dann wird man zu einem Ast Trainer Also als Ast Trainer angezeigt Oder wenn man raufballt angewählt hat Dann wird man als raufballt angezeigt Online Zumindest Schalte in einem beliebigen Pokémon Center die Mäzea an Und rufe das Pokémon Lagerungssystem auf Mehr musst du nicht tun Um Pokémon zu lagern Oder aber deinem aktiven Team hinzuzufügen Ach, wir könnten ja unseren Lionel Messi in die Box reinlagern Also in die Ersatzbank quasi Da wo er hingehört So wie im Spiel Deutschland gegen Argentinien Also nicht das Finale Sondern das Freundschaftsspiel Wann war das? Letzten Mittwoch genau Letzten Mittwoch So Lionel Messi Du kommst in die Ähm In die Ersatzbank Und das war's Gut, ach ja Wir haben uns die Karte noch gar nicht angeschaut Also wir sind jetzt hier Wir sind jetzt quasi hier Nach Osten gegangen Und sind jetzt in Erzelingen Gut Ähm Waren wir oben schon? Ich weiß es gar nicht so genau Waren wir hier oben schon? Wir waren unten, das weiß ich Aber oben Ja, wir waren hier schon mal Allerdings in einem anderen Pokémon Center Daher muss ich das nicht weiter anschauen Okay, 28 Minuten Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit totgeschlagen Ähm Mit ein bisschen rumgeblödele Wie zum Beispiel Ja, ihr wisst schon Rennen und so Ja Ähm, okay Dann ist der Part ein kleines bisschen kürzer als sonst Ungefähr anderthalb Minuten Jetzt könnte ich vielleicht noch ein bisschen Um den heißen Ball reden Und zwar über Ähm Was als nächstes kommt zum Beispiel Also als nächstes Schauen wir uns die Stadt an Im nächsten Part Und Ja So finden vielleicht noch ein paar Items Denn hier gibt es bestimmt noch ein paar Items Die hier so rumliegen Die könnte ich eigentlich gleich einsammeln Hm Ja genau Ich schau mal schnell rum Vielleicht gibt es hier ein paar Items Hier ein verstecktes vielleicht Nein Vielleicht finde ich hier einen Schatz Genau Wir gehen jetzt auf Schatzsuche In eine Stadt Mitten in einer Stadt Gibt es einen Schatz Genau So hier ist so ein Museum Das schauen wir uns im nächsten Part an Ähm Hier vielleicht Nee Hier ist nur ein Haus Aber wo ist hier ein verstecktes Item Oder ein Item Hier gibt es bestimmt ein Item Ich bin mir ziemlich sicher Dass es hier Items gibt Hier gibt es bestimmt ein paar Items Ah Diamanten Ich suche Diamanten Diamanten Das ist ja fast so wie bei Minecraft Ich suche Diamanten Ja Keine Items Nur ein Codhaufen Ein Vetter Warst du das? Äh Egal So Diamanten 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 Sind hier drin Diamanten Nein Ich gehe da nicht rein Ich bin ohne Aufsicht da Und ich bin ja gerade erst 10 Ähm Ich darf ja nur mit Aufsicht da rein Keine Items Ich dachte ich konnte hier schwören Dass es Items gibt Irgendwo Naja gut dann gibt es hier eben Keine Items Habe ich mich halt eben geirrt Naja gut dann Schauen wir uns im nächsten Part Die Stadt an Und dann Ja Werden wir vielleicht auch noch Gegen den Rheinländer kämpfen Wenn die Zeit dann im nächsten Part Noch reichen sollte Also bis dorthin Euch noch einen schönen Tag Euer Janke LP Ciao